Wir denken in diesem Gottesdienst an die Christen auf der ganzen Welt. Deshalb möchte ich Sie heute mit auf eine musikalische Weltreise nehmen. Wir beginnen unsere Weltreise in Deutschland mit dem schönen alten Choral Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehre. Singen Sie mit! Wenn wir unsere Brüder und Schwestern in Südamerika besuchen, dann würden die diesen alten Choral wahrscheinlich so spielen. Tango! 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 Untertitelung des ZDF, 2020